Schritt 1. Geht auf vaditeam.com und kauft euch eure Must-Have-Produkte. Schritt 2. An der Kasse benutzt ihr meinen exklusiven Code MANDELA, um 10% auf eure Bestellung zu sparen. Und jetzt eröffnet ein Discord-Ticket auf meinem Server und sendet uns das Bild von eurer Bestellung rein. Hier geht's jeden Monat ab mit der Chance auf 150 Euro Vaditeam Store-Gutscheine. Sicher euch jetzt eure Belohnungen. Äh, Volker, geh doch einfach raus aus dem Stream, mein Schatz. Was schreibt er? Keiner wird dich vermissen. Das ist schon einen fetten Arsch ab. Wie kann man nur so assi reden? Junge, tu nicht so, als ob du mein Sensei bist. Man muss schon sagen, du hast dich verbessert. In der ersten Runde, du warst bisher... Ach, Suslan, erzähl mal, wie oft ich am Handy aufeinander genommen habe, hintereinander. Null. Sei leise. Das war crazy. Das war crazy. 6-0. Aber wo sind deine Leistungen jetzt genau? Hintereinander. Digger, früher hatte ich nix, ey. Digger, früher hatte ich nix, ey. Digger, früher hatte ich nix, ey. Heute fahr ich durch Beverly Hills, ey. Fahr ich durch Beverly Hills. Diese Bild, Digger, will dann nur mich. Diese Bild, Digger, will dann nur mich. Digger, kauf mir jetzt goldene Grims, ey. Boah, man denkt da vorne so dapet. Boah, Junge. Ah, ich darf... Ich... Ich hol mir den Sieg jetzt. Fragen wird so schlimm, was ist denn Quatsch? Viel gewinnt ist so ne Sache. Wenn man schlau handelt, kann man da relativ... Boah, ihr denkt, ich gewinnt? Äh, gewinnt. Denkt die, ich gewinnt? Denkt die, ich gewinne, Jungs? Hier ist noch mit Zeit-Ding, das ist besser eigentlich, so unter Druck. Ja, fangen wird, wird unnötig gehatet, weil die Leute irgendwelchen YouTube-Videos glauben. Frankfurts Geist ist krank. Nice try, mein Bester. Ja, ja, morgen. Ist die dumm. Ich hab eigentlich nur den Weg versperrt. Also, als du das nicht gesehen, wär halt auch quatschig. Aber am Dings erkennt man nicht so viel wie am Handy, sagt er. Ja, also hier ist Ding so, hier ist komisch, sagt er ehrlich. Komisch, ja, ja, richtig komisch. Ja, Digga. Ich hab's nicht gesehen. Ja, Digga. Okay, komm, nochmal. Hab's gar nicht gesehen. Scheiße. Hä, muss ich dich neu einladen? Ich will beitreten. Ich will beitreten. Jungs, ihr müsst practicen. Ihr müsst practicen. Heute werde ich kein Spiel verlieren. Ich schwöre, Kamu. Heute werde ich kein Spiel verlieren. Halt's Maul jetzt. Spiel. Heute werde ich kein Spiel verlieren. Eierkopf. Ich bin ein schlechter Verlierer. Ich? Digga. Eine probiert den Sinclair-Move mit mir zu machen. Ey, hör auf. Der erwähnt immer irgendwelche Begriffe, die es gar nicht gibt, Junge. Sei mal leise. Was ist Sinclair? Das ist der Digga-Effekt. Ja, komm, Junge. Digga in dein Arsch. Der labert. Der war nur einmal. Der war nur einmal. Gibt's nicht mal. Ey, Chat, kennt ihr den Sinclair-Move? Ey, Leute denken, ich verliere, Bruder. Das ist halt krass. Spiel auch immer Sinclair-Raute. Siehst du? Ich wusste, dass er es verstanden hat. Komm. Ich habe zu wenig auf meine Verteidigung geachtet, sag ich dir ehrlich. Junge, am PC ist so komisch, sag dir ehrlich. Volker, geh doch einfach raus aus uns Sinclair, mein Schatz. Was schreibt er? Keiner wird dich vermissen. Was schreibt er? Dass ich einen fetten Arsch habe. Wie kann man nur so assi reden? Was soll der Opfer? Junge, am PC, richtig. Aber man verliert ein bisschen Überblick, ich sag dir ehrlich. Ich verliere auch. Ich sehe nicht so richtig wie am Handy. Am Handy check ich alles. Ja, von der Verteidigung. Ich sag dir ehrlich, ich bin gerade nur am Verteidigen, aber du hast da zwei, drei ekelhafte Punkte, ne? Das Unentschieden. Nein, nein, sie hat zwei ekelhafte Punkte. Wenn sie die jetzt nicht dumm ausspielt, dann... Ich kann jetzt nur noch verteidigen. Uff, 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 uff. Er hat mich gefickt. Er hat mich gefickt. Er hat mich gefickt. Er hat mich beerdigt. Ja, egal, Digga. Ein Blundeskund findet doch mal ein Kunt. IQ Play. Fünf gewinnt. Okay, das ist dreckig. Ja, okay. Okay, du musst es lieben. Komm, Mandela, du hast zwar die erste Runde gewonnen, aber ich hab dich mit einem Fünfer gefickt. Also, sei leiser. Okay, letzte Runde entscheidet. Letzte Runde entscheidet. Letzte Runde entscheidet. Komm, Bruder, drei Tage... Na, Jungs, bitte. GG's. Links, du hast ja links, Miss Jackson. Was geht am Don? Ah, das sieht im Hintergrund aus. Lief gerade. Hey, starte doch. So starten. Aber ihr seid... Die hat viele Spiele, ne? Ach so, das war uns nicht wieder. Die war Wohnungsbesichtigung sehr gut. Die wollten heute Arbeitsvertrag haben, aber hart auf hart. Das spielt jetzt eh keine Rolle, weil ich keine Wohnung mehr in München suche. Guter Versuch. Sehr stark. Du lässt mich wieder verteidigen. Du blockst. Oh. Digga, du hast Sachen gekonnt, der findest, ne? Du hast geblockt. Sehr gut. Sehr gut. Dschungel, tu nicht so, als ob du mein Sensei bist. Aber man muss schon sagen, du hast dich verbessert. In der ersten Runde, du warst bis jetzt... Ach, Suslan, erzähl mal, wie oft ich am Handy auseinandergenommen habe. Hintereinander. Sechs Mal. Ja! Hä? Iiiiih. Shut the fuck up. Iiiih. Egal, das ist schon kein Fünfer-Goals. Alles gut. Okay, ich sage, noch eine Runde, um zu bestätigen, dass ich der Sieger bin. Iiiih. Noch eine Runde. Noch eine Runde. Sehr gut. Okay. Sehr stark. Lawish hat das schon früher erkannt. Ich sagte, Lawish ist in solchen Spielen krass. Er ist doch schlau. Ja, ich mag den. Wie läuft eigentlich E-Sport-Karriere, Lawish? Kalele. Kalelelele. Okay. Uff. Uff. Da wird eine Milch holen geschickt. Per se sehr stark, was du da machst. Erklärst du den... Siehst du den Sinclair? Oh! Sie wird gekreuzt. Nein! Pflichtigkeitsfehler! Oh! Scheiße! Was für gekreuzt. Ja, das Sinclair. Ey, Legic, danke dir. Gut, jetzt haben wir einen Kreuzer. Lass mal schauen. Lawish, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ich bin jetzt auch bei dem E-Sport-Team. Ich habe 20.00 diese Woche gespielt. Sehr stark, Bruder. Braaaah. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, eine letzte Runde. Eine letzte Runde. Kannst du Timer auf 5 Sekunden machen? Das wäre crazy. Ne. Okay, lass machen, dass wir nur... Ne, volles bockt. Okay. Das bockt mehr. Dieser richtig schnelle Spiel. Ohhhhhh. Weil dann passieren mehr Fehler, sehe ich gerade. Ne? Was geht, Legic? Alles wird bei dir? Ja, Bruder, wir spielen hier gerade viel Gewinns. Boah, Mensch, ärgere dich nicht, Bruder. Ihr wisst selber, das kann man auf Twitch nicht spielen, weil sie dann ein bisschen sauer werden würde. Beziehungsweise, ich würde schon die ein oder anderen Bomben gedroppt haben. Scheiße, was kann man hier nur machen? Als ob du mich die ganze Zeit holst. Also ich sag dir... Ich sag dir, manchmal ist es besser, an den besten Stellen zu gehen. Alles fresh, alles entspannt, auf jeden Fall. Aber ey, Bopo würdest du rasieren. Ey, Bopo würdest du rasieren. Tja, tu nicht so, als ob ich dich nie rasiert hab in dem Game, bitte. Ich meine, jetzt. 6-0. 6-0. Sei leise. That's not crazy. That's not crazy. 6-0. Aber wo sind deine Leistungen jetzt gewesen? Hintereinander.